Pianova Kavirbau mit Blümke. Wir verkaufen einen sehr gut erhaltenen Kawai KG5 Salonflügel. Der Flügel stammt aus einer Inzahmungnahme, hat ein hervorragendes Klangverhalten. Wir haben perfekt erhaltenes, einteidiges Elfenbein bei einem Kawai, eine ganz große Besonderheit. Der Flügel wird mit zwei Preisen beworben. Der günstigere kommt zum Tragen, wenn die leichten optischen Mängel bleiben, wie sie sind. Für den einen störend, für den anderen nicht. Der zweite Preis bedeutet, dass die Mängel fachgerecht beseitigt werden am Gehäuse. Die akustische Anlage ist gut erhalten. Der Resonanzboden ist rissfrei und hat genügend Druck. Der Flügel ist gut stimmbar und hält die Stimmung. Der Seitenbezug ist original. Das ist gut, dass die Mängel fachgerecht werden am Gehäuse. Das ist gut, dass die Mängel fachgerecht werden am Gehäuse.